Ja, die Liste an Möglichkeiten, Auswahlen in Photoshop zu erstellen, die nimmt einfach kein Ende. Wir haben uns jetzt schon viele Werkzeuge dazu angesehen und daran seht ihr einfach, wie wichtig es scheinbar ist, Auswahlen erstellen zu können. Und ja, das zeigt auch einfach, dass das ein Grundkonzept von Photoshop eben ist. Bisher haben wir uns nur Auswahlwerkzeuge angesehen, die genau dafür gedacht sind, nämlich eine Auswahl zu erstellen. Aber das Coole ist, man kann das auch machen mit anderen Werkzeugen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Und eines dieser Werkzeuge ist beispielsweise der normale Zeichenpinsel. Das heißt, ihr könnt mit dem Pinsel genauso eine Auswahl erstellen, wie zum Beispiel mit einem Zeichenstiftwerkzeug, wie wir es eben gesehen haben. Um das bewerkstelligen zu können, ist es notwendig, in einen extra Modus zu wechseln, damit Photoshop eben weiß, dass wir jetzt nicht malen wollen, sondern dass wir eine Auswahl produzieren wollen, das aber genauso tun wollen, wie wenn wir malen würden. Und dazu gibt es hier in der Werkzeugliste einen Punkt, den wir noch gar nicht gesehen haben, das ist dieser hier. Der versetzt beim Drücken Photoshop in den sogenannten Maskierungsmodus. Und wir machen das einfach einmal, ihr seht, jetzt entsteht hier ein Maskierungssymbol. Es sieht so ein bisschen aus wie das Symbol, was wir auch hier unten in der Ebene hatten, wo es um Masken ging. Und genau das machen wir auch. Wir maskieren jetzt das Bild, und zwar mit der Farbe Weiß und Schwarz. Und dazu nehmen wir jetzt, wie gesagt, einfach den Pinsel hier und können jetzt hier auf unserem Bild malen. Ihr seht, mit Weiß passiert erstmal nichts, aber mit Schwarz, da passiert dann was. Und zwar malen wir Rot ins Bild. Jetzt fragt man sich natürlich, warum malen wir Rot ins Bild. Das kann ich euch zeigen. Dazu klicken wir einmal doppelt auf dieses Symbol. Und wenn wir das machen, dann kommen wir in die Maskenoption. Hier können wir nämlich die Farbe einstellen, die Photoshop uns hier als Maske eben anzeigen soll. Und wir können auch festlegen, was die Farbe bedeutet. Und zwar möchte ich, dass die Farbe bedeutet, dass hier ausgewählt wird. Also wähle ich mir diese Option aus, klicke OK und gehe nochmal in diesen Modus rein. Und werde jetzt einfach einmal diese Auswahl vorher auflösen, wie wir es kennen mit Apfel D. Wechsel nochmal hier rein und werde jetzt einfach mal mit meinem schwarzen Stift hier diese Farbe Rot eben reinmalen. Und ihr seht, ich kann jetzt einfach hier diese Farbe Rot über mein Model hier drüber malen. Ich kann das so genau und so ungenau machen, wie ich möchte. Kann natürlich auch hier ganz normal meine Pinselgröße verändern. Das mache ich jetzt einfach mal so. Seht, das geht genauso wie wenn ich mit einem Zeichenstift dann male. Wie gesagt, ich verwende hier ein Vakuum Tablet. Das ist auf jeden Fall eine gute Anschaffung, wenn ihr häufiger präzise arbeiten müsst. Das geht mit der Maus dann nicht so gut. Ich mache das hier jetzt mal ganz schnell, wie sagt man, quick and dirty. Einfach hier das Ganze einfach mal ausmalen. Und das eignet sich dann wirklich dann ganz gut, wenn ihr zum Beispiel große Flächen schnell mal auswählen wollt. Ihr aber da nicht zum Beispiel mit einem Rechteck rangehen könnt. Ich habe also jetzt die Aline hier, das Model einfach mal rot angemalt. Und jetzt, wenn wir aus diesem Modus rausgehen, seht ihr, erstellt Photoshop einfach diese Auswahl. Und ja, schneller geht das Ganze eigentlich nicht. Es ist natürlich dann nicht sehr präzise, weil man einfach dann auch präziser arbeiten muss. Aber das war jetzt auch wirklich sehr schnell gemacht. Das Gute am Maskierungsmodus ist jetzt aber, dass wir dadurch nicht nur Auswahl erstellen können, sondern genauso gut eine schon bestehende Auswahl verändern können. Und dazu werde ich diese Auswahl mal auflösen. Und nehmen wir mal irgendein anderes Auswahlwerkzeug, zum Beispiel die Ellipse. Und werde jetzt einfach mal hier ein Ellipse draufziehen. Ihr seht, wir haben diese Auswahl. Und wenn wir jetzt in den Maskierungsmodus wechseln, den ihr übrigens auch mit der Taste Q erreicht, dann seht ihr, bekommen wir genau das als Auswahl hier rot gemarkiert, was wir jetzt gerade schon selbst ausgewählt hatten. Und nach wie vor kann ich das jetzt auch hier nochmal etwas verfeinern. Zum Beispiel so als eine Art Sonne. Und dann könnte ich nochmal rausgehen. Und ihr seht, wir haben diese Auswahl in der Weise modifiziert. Also, das ist eine weitere Möglichkeit, um eine Auswahl mit dem Pinsel zu erstellen. Und da könnt ihr genauso gut einen Fülleimer nehmen. Ihr könnt auch ein Verlaufswerkzeug nehmen. All das ist überhaupt kein Problem. Außer ihr bleibt eben hier in diesem Maskierungsmodus mit den Farben schwarz und eben weiß, um das Ganze dann anzumalen mit schwarz. Um damit zu zeigen, hier möchte ich jetzt gerne meine Auswahl erstellen. und dann kann ich dann auch ein Bediener subtraben. Und dann können Sie dann hier noch einmal noch mal sein. Dann können Sie doch wiederholfen, wenn ich jetzt einfach mal ein bisschen abschalte.